Ja, HSV-Freunde, ich melde mich als furchtbar herrliches Wetter, kalt, aber schöner Sonnenschein. Ich nehme an, das Spiel ist verdauen von gestern. Es ist doch schwierig, aber es ist so, wie es ist. Wir können es nicht mehr ändern, die drei Punkte sind weg. Aber wie gesagt, es gibt keinen Grund, irgendwie jetzt den Kopf wegzuziehen oder sich zu duken. Wir haben ein wunderbares Fußballspiel gestern gesehen. Es war rauf und runter, hin und her. Und wenn Werder nicht diese Gurken 11 Meter kriegt, gewinnen sie das Spiel nicht. Das ist meine Meinung und da bleibe ich dabei. So, das dazu. Und jetzt, wo wir mal sehen, dass wir jetzt Mittwoch das Ding noch rumreißen da. Und wenn wir das rumreißen, sind wir im Halbfinale. Und ich will euch eins sagen, es kann alles passieren im Pokal. So gut, und wenn wir das Ding noch richtig gut bestreiten Mittwoch. Ich hoffe, dass KSC ist in keinem Übermannschaft. Aber gefährlich sind sie auch mit den Hoffmann. Dann können wir nach Nürnberg fahren mit breiter Brust. Und dann ziehen wir richtig Sonnabend eine ab. Nichts anderes. Ich hoffe, das klappt. Hau rein, ist Tango. Aufgeben gibt es nicht. Wir haben gestern unglücklich eine Schlacht verloren, aber den kriege ich nicht. Und nichts anderes. Nur der HSV. Hau rein, ist Tango. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.